Hallo, willkommen zurück, ihr Minenexperten, zu einer weiteren Folge Vulcanoids. Wir waren auf... Ja, wo waren wir denn? Achso, ja, stimmt. Wir waren auf Kohletour, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir hatten einen Vulkanausbruch hinter uns. Und ich würde mal schauen... Ach, guck mal, hier ist Kohle gespawnt. Das ist ja nice. Ich fände es auch schön, wenn man noch die Kohle sich markieren könnte oder zumindest die Ressourcen. Dass man die sich... Ja, auf der Karte markieren könnte, wenn man die gesehen hat, so anklicken kann, dass man weiß, wo man hin muss. Also so eine Art Wegpunkt, das geht leider nicht. Oder ich bin zu doof, diese Funktion zu finden. Mag auch sein, ihr wisst ja, wie ich bin. Aber, wie ich es mir schon dachte, Vulkanausbruch respawnt quasi Kohle. Beziehungsweise alle Ressourcen, schätze ich mal. Da ist nochmal Kohle. Ich seh dich. Anrufen. Ja, ich rufe ihn gleich an. Mein Gott. Aber ich weiß nicht, was der Kapitän immer hat, was der immer will von mir. So, wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Alter Schwede. Ähm. Soll ich nochmal, soll ich nicht? Ach komm, egal. Ich rufe unser Drill-Shippy. Und mit der... Sieben. Schauen wir mal. Uh. Müsste links von uns sein. Hier müsste der irgendwo hochkommen. Oder? Ne, hier rechts. Was erzähl ich denn da? Wir hören's. Da, da, da kommt's. Da kommt's angefahren. Oh, ich bin so gespannt. Beim letzten Mal haben wir ja... Uff. Eine Erweiterung dran gebaut. Holy shit. Alter Schwede. Gut, zieht man durch den Nebel jetzt nicht so. Alter Verwalter. Das ist so cool gemacht. Ich mag sowas. So. Dann lass mal gucken. Wir sind wieder da. Moin. Na. Kapazität. Ja. Plätze. Energie. Sehr schön. Ich würde sagen, wir bunkern mal ein wenig... Ähm. Nachdem ich die Lampe angemacht habe. Ein wenig Kohle. So. Guck mal, welche Kohle wir haben. Alter. Da soll doch mal noch einer sagen, wir haben keine Kohle mehr. Kohle ist gut. So, ich würde einen Stack vielleicht da reinpacken. In unser... Hier. So, das nehme ich raus. Das nehme ich raus. Das nehme ich raus. Dann wissen wir ungefähr, was wir haben. Das Reparatur-Set. Ja, nehme ich auch mal raus. Das tue ich woanders hin. Ähm. Das tue ich jetzt hier rein. Schießpulver tue ich auch da rein. Dann. Mal ein bisschen sortieren, ne? Da war die Kiste. Lass mal gucken. Hier war, glaube ich, metallische... Metallische Sachen. Und die Reparatursachen hatten wir wo hier? Genau. Das aus so einer Ersatzwand. Modul zum Ersetzen zerstörter Wände und Decken-Elemente. Das ist super. Falls mal irgendwie was weggeschossen wird. Denn es kann ja sein, dass wir angegriffen werden. Ähm. Gut. Ich würde sagen... Unsere Rüstung, ne? Ah. Wir können mal gucken. Was brauchen wir nochmal für Rüstung bauen? Das sehe ich nämlich gerade. Da unsere Rüstung hier unten nämlich weg... Oder beziehungsweise da weggeballert worden ist. Gucke ich gerade mal hier. Was brauchen wir denn dafür? Kupferrohre, Kupferschrauben, Kupferplatten. Einmal Kupferrohre, zweimal Kupferschrauben. Einmal Kupferrohre, zweimal Kupferschrauben. Und Kupferplatten, ne? Zweimal. Dazu brauchen wir wieder Barren zum, glaube ich, zum Herstellen, ne? Lass mal gucken. Kupferbarren. I0 verfügbar. Achso, wir müssen achten. Das ist so nervig, dass er das halt einfach nicht aus dem Inventar nimmt. Also muss man solche Kupferwaren-Sachen einfach mal vielleicht da reinpacken, dass das da drin ist. Dann brauchen wir Kupferschrauben. Reicht das jetzt? Äh, Werkzeuge. Zweimal Schrauben, zweimal Platten brauchen wir noch. Oh. Äh. Reicht das? Einmal Kupferrohre. Können wir nicht bauen, weil uns Kupferbarren fehlt. Und für Kupferbarren brauchen wir, glaube ich, Schwarzpulver oder so, ne? Müssen wir ja eine Schmelze machen. Nein. Und zwar hier. Äh. Ach, Kupfererz. Ne, was ist denn zähl ich denn da? Ich brauche Kupfererz. So war das. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, äh, ja. Vielleicht sollte ich einfach... Ach, das muss ja wieder dann hier rein. Den... Das finde ich ein bisschen... Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen... Hm. Also vielleicht sollte man da einfach die ganzen Sachen mit Kupfer und so reinpacken, oder? Solch Schwefelerz. Weil im Prinzip brauchen wir es ja eher da drin, also hier drin, als wie woanders, oder? Gut, hier steckt er das ja mehr anscheinend, ja. Gut, dann nimmt das halt wenigstens nicht so viele Plätze weg. Also hoffe ich mal, obwohl 32 waren 48. Ja, toll. Gut, dann müsste das ja jetzt gehen, ne? Ja. So. Barren habe ich denn jetzt in der Tasche? Nein, die sind dann direkt im Lager. Okay. Äh, was habe ich gesagt? Was brauchen wir jetzt noch? Einmal Kupferrohre. Zack. So. Dann müssen wir einmal zum... Rachtraum und uns die Rüstung anlegen. Ich weiß nicht mal, wie ging denn das nochmal mit der 7, ne? Genau. Ah, so. Wir sind wieder voll on tour, voll on ready. Finde ich super. Und dann können wir ja jetzt ganz getrost und in Ruhe ähm... Unser Kippmann rufen. So. Vorbereitung auf den Angriff. Wir müssen das Cocked Rill Trip erneut angreifen, aber diesmal sollten wir nicht nur Gegenstände erneuern. Wir müssen die Module zerstören und daraus Technologie gewinnen. Dafür sind bessere Waffen als Revolver erforderlich. Stelle Granaten, eine Strotflinte und Strotpatronen her. Wenn wir das hergestellt haben, können wir angreifen. Was ist das hier? Desable. Nehmen wir das alles mal an. So. Approach a house. Das ist da, das können wir eigentlich machen. Wie sind wir... Ne, wir sind übertragen, ne? Genau. Ich mach die Lampe mal wieder aus. Das Haus sollen wir besuchen. Das machen wir mal im Basement. Strotflinte haben wir ja. Wir müssen nur ein paar Granaten nochmal bauen. Ich weiß gar nicht, was wir dafür brauchen. Oh, warte mal. Ist das Haus hier? Safe Zone? Now you're safe on Eruption. Explosion. Okay. Haben wir alles erkundet. Okay. Tralala. Gut. Nächste wäre... Get ready for fight. Hier unter Tage. Viel drillte abzutauchen. Zieht in Himmel noch ein Kessel. Spitzhacke ausfählen. Was brauchen wir denn? Kupfererz abbaut. Wir brauchen Kupfererz. Nein. Okay. Ready for fight ist noch nicht. Da hinten. Beper for fight. So wie früher bei Unreturnament. So, dann sammeln wir nochmal ein bisschen Kupfererz, wenn wir schon dabei sind. Lucky auf Karte. Oh, hier liegen... Hier bei uns ist noch ganz viel Kupfererz. Ach nee. Da müssen wir platzieren. Toll. Aber ich dachte, das wäre hier... Da oben ist eine Kupfermine. Komm, wir haben Zeit. Wir haben Zeit für ein wenig Ressourcenfarming. Bevor wir gegen die Koks kämpfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Namen immer noch sehr, sehr schlecht gewählt. Zumindest für... Ja. Also so den... Ja, du weißt schon, was ich meine, ne? Warte mal eben. Mal eben hier... Klein-Moment. Äh... Warte mal. Ähm... Ja. So. So. Hm-hm-hm. Hm-hm. Hm-hm-hm-hm-hm. Gut. Ich muss nur kurz eben einmal ne Filter-Einstellung ändern. So vom Mikrofon. Sonst habe ich nachher Angst, dass ich nachher hier irgendwie nicht mehr gehört werde. Weil das Mikrofon zu spät öffnet. Deswegen denke ich mir so... Ja. Mach's mal. Mal. Gut. Ähm... Ähm... Im Prinzip geht's ja darum quasi... Das Survivalen ist es ja auch nicht, ne? Weil wir essen und trinken ist ja nicht. Gott sei Dank. Wohlgemerkt. Weil man hat ja hier schon genug zu tun mit Energie und den ganzen Krempel. Aber... Äh... Äh... Was wollte ich sagen? Aber... Trotzdem ist so meine Frage so... Aber was macht man denn dann, wenn man jetzt alles hat? Ich meine beim... Beim Unendlich. Weil das wir es ja wahrscheinlich hier durchspielen können. Gehe ich mal von aus. Also... Vermute ich mal. Ich meine gut, Survival Games kannst du auch durchspielen. Story-mäßig. Aber bei Survival Games ist es halt immer Unendlich. So. Da ist halt Open End. Aber hier sehe ich jetzt keinen Grund. Open End dann, wenn du alles hast, sag ich mal. Also du hast wirklich alles gesammelt. Alles gefarmt. Und, äh... Alles gemacht. Dann... Warum soll ich dann noch hierbleiben, verstehst du? Das ist so... Das sehe ich irgendwie nicht. Also fühle ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann mich auch irren. So. Kupfererz. Uh. Theoretischerweise können wir unser Schiff auch mal runterfahren, ne? Das mache ich mal. Ähm. So. Äh. Denn... Ist jetzt vollkommener Blödsinn... Vollkommener Blödsinn, äh... Das jetzt übertarget zu lassen. Weil wir jetzt gerade hier... Oder... An der Oberfläche. Weil wir gerade am Farben sind. So. Nee, aber das ist halt so der... Der Gedanke. Oder beziehungsweise... Das ist das... Da frage ich mich halt so... Hm. Wofür das Ganze? Weißt du? Sollte man eine Lampe anmachen. Dann sieht man auch was. So. Also ich sehe jetzt da keinen Embargo. Oder beziehungsweise ich sehe jetzt ja keinen Grund, dann hier noch zu bleiben länger. Also jetzt im Game. Und da irgendwie noch weiter... Äh... Hier rum zu existieren. So. Existieren. Ja. Man existiert so vor sich hin, ne? Ist so. Ähm. Ich bin so froh, dass wir tatsächlich mittlerweile ja den Umzug absolviert haben. Wir sind ja... Oder beziehungsweise wir sind ja umgezogen. Wir haben ja hier... Äh... Ich weiß gar nicht, viele haben es wahrscheinlich auch gerne mitbekommen. Wir haben ein Haus gekauft. Und wir haben dann eine gewisse Zeit länger zusammen in einer Einzimmerwohnung, kann man sagen, gewohnt. Im elterlichen Haus der Freundin. Und ähm... Ja. Ich bin so froh, dass wir, wie gesagt, endlich das geschafft haben. Ähm. Irgendwann wird natürlich auch die untere Wohnung dran glauben müssen. Denn wir haben tatsächlich so ein... Ja, so ein Zweifamilienhaus ist das. Oder Mehrfamilienhaus. Ich bin ja gar nicht sicher, wie man das nennt. Ich glaube, Zweifamilienhaus war das. Ähm. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm. Was wollte ich sagen? Finde ich das supi, dass wir das fertig haben. Und genau. Und irgendwann ist ja natürlich unten drunter die Wohnung. Es sind dieselben Räume tatsächlich unten. Und auch dieselbe... Also derselbe Schnitt der Wohnung. Das heißt, es ändert sich nicht viel. Wir haben aber unten... Ja, weniger zu tun, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde einfach sagen, ähm... Vielleicht gleich viel. Weil unten fällt tatsächlich jetzt Decke weg. Also zumindest Decke braucht nur gestrichen werden. In allen Räumen bis auf Büro und Flur, würde ich sagen. Weil Büro und Flur müssen mal Decke abhängen. Weil wir müssen die Leitung ja irgendwo verlegen. Oder wir legen sie unten durch den Boden. Ähm. Müssen wir mal gucken. Und... Ähm. Ja. Müssen wir mal schauen im Büro. Ich würde gerne tatsächlich eine abgehangene Decke haben. Erste Mal. Das habe ich mir jetzt hier in diesem Büro gespart. Ähm. Dafür gibt es ein LED-Panel hier oben, was auch bunt leuchtet. Weil... Man... Sind wir mal ehrlich. Alles mit RGB sieht geil aus. Ist so. Also... Also... Na? Sogar... Du könntest sogar einfach ein... Äh... Keine Ahnung. Ähm. Weiß ich nicht. Lass mich kurz überlegen. Du könntest einfach einen Bürostuhl nehmen. Dir wird genauso gut aussehen, wenn du da einfach ein paar LED-Streifen dran klatschst. Ist einfach so. Wie geil das einfach aussah. Hier unser... Unser Regal im Hintergrund. Also was hier hinter mir steht. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Ähm. Aber wer zwischendurch mal die anderen Folgen gesehen hat mit der Kamera. Oder halt im Stream zugesehen hat. Der hat das gesehen. Ähm. Da ist ja dieses... Dieses Blu-Ray-Regal. Wo die ganzen Spiele und so drin sind. Am Anfang sah das so aus. Naja. Ist ein Regal, ne? Aber... Danach. Nachdem wir so einen LED-Streifen dran gemacht hatten. What the fuck? Das macht so einen Unterschied. Ich glaube es erst nicht. Aber... Das kann man doch auch abbauen, oder? Ja, zumindest. Ähm. Das macht so einen Unterschied. Das ist unglaublich. Gut, klar. Muss nicht jeder mögen, ne? Ich bin so ein Freund. Ich mag das so ein bisschen buntlicher. Wenn das so ein bisschen beleuchtet ist. Tralala. Ähm. Aber was wollte ich gesagt haben? Äh. Genau. Und deswegen müssen wir da unten dann noch so ein bisschen ackern. Ja. Wo unten steht... Obwohl unten stehen auch tatsächlich mehr an. Weil unten geht es ja auch noch nach draußen. Terrasse noch fertig machen und so. Alles. Aber das machen wir erst, wenn wir drinnen alles soweit fertig haben. Dann werden wir uns danach bemühen. Ja... Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sagen kann, ich bin Hausbesitzer. Das ist so... Weil du... Weil halt... Ich habe jahrelang in einer Mietswohnung gewohnt. Verstehst du? Also... Ne? Du wirst es wahrscheinlich auch kennen. Ne? Oder jeder andere, der gerade vielleicht das Let's Play guckt. Ähm. Ich habe jahrelang in so einer Mietswohnung gewohnt. Und dann ist es halt... Wenn du so... Wenn du so... Nein. Quatsch. Die Taste. Äh. Wenn du dann das erste Mal so... So... Haus. What the fuck. Viel mehr Platz. Tun lassen, was du willst. Rennst nackig durch die Bude. Interessiert eh keinen. Weil... Ist ja dein Grundstück so. Weißt du? Das ist so... Hm. Finde ich schon irgendwie geil. Weißt du, in der Mietswohnung, da hast du halt immer... Gut. Klar. Du hast natürlich auch Verantwortung. Sind wir ehrlich. Ne? Im Haus. Hast du genug Verantwortung. Du musst... Hast viel zu tun. Im Haus gibt es immer was zu tun. Und ähm. Ja. Bei einer Mietswohnung ist halt... Ne? Wenn irgendwie Probleme gibt, rufst du den Vermieter an. Oder... Oder den... Ähm. Na sag mal schnell. Hä? Wieso fährt es unter Tage? Abbruchvorgang? Warum? Ähm. Am Hafen. Ah ja. Warum ging das denn jetzt nicht? Warum ist er nicht hochgefahren? Äh. Nein, was sollt ihr sagen? Wollt ihr sagen? Genau. Und dann rufst du den Vermieter an, wenn irgendwelche Probleme gibt. Keine Ahnung. Wasser, Schaden, Rohrbruch, was weiß ich. Strom fällt aus, Licht geht nicht. Dann rufst du ihn an und die kommen. Und hier bist du dann natürlich auf dich selbst angewiesen. Klar, du kannst natürlich auch hier Handwerker rufen und so. Aber, ähm. Ja. Ach, jetzt sieht man das mal im Hellen. Alter Schwede. Wie geil ist das denn bitte? Holy shit. Das ist so cool. Kann mir einer erzählen, was er will. Genau. Und, ähm. Ja. Das, äh. Ja. Puh. Ne? Wahnsinn. Gut. Was war das, was ich gesagt habe? Wir wollen ein bisschen die Sachen platzieren, ne? Und zwar unsere Gegenstände. Die platziere ich hier mal rein, die wir gesammelt haben. 40. Okay, das ist ein Platz quasi. Also ein 10er Stack ist quasi ein Platz. Ach, krass. Schwarzpulver herstellen, Kupferbarren herstellen. Ja, das machen wir doch mal. Äh. Nein, das müssen wir hier machen. So, Schwarzpulver haben wir. 45 Kupfer, Alter. 45 Kupferbarren. Stell mal ein paar her. So. Ein paar mehr. Gut, das landet direkt. Ah, am Anfang war das bei den alten Raffinerie kam das ja hier raus. Und jetzt wandert das direkt da rein. Jetzt verstehe ich das. Okay. Man kann das also nicht mehr rausholen. Das ist jetzt ein Verbündnis. So, jetzt müssen wir Kupferrohbe herstellen. Oh. Äh. Kupferkomponenten. 20 Stück. Ah ne, 15. Ah, ich stelle mal ein paar mehr her. Upferschrauben brauchen wir 20. Einen haben wir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alter. Kupferplatten. Kann man ja nicht verkehrt sein, kann ja nie verkehrt sein, alles etwas zu haben. So. Kupferrüstung herstellen. Haben wir noch. Ach, jetzt müssen wir das nochmal machen. Okay, ist ja nicht schlimm. Dann haben wir eine in Reserve. Fünf Stück? Uff. Okay, prepare for fight. Holy shit. What the fuck? What the fuck? Get ready for fight. So, der Captain ruft an. Ich will mal ans Telefon gehen. Achso. Moin. So, Drillchip Stufe 2 Zerstörung. Für diesen Auftrag musst du dich in eine Abrissbirne verwandeln. Rüste dich mit genügend Munition und Granaten aus. Die Mission besteht darin, dein Drillchip Stufe 2 vollständig zu zerstören. Besteht darin, ein Drillchip Stufe 2 vollständig zu zerstören und Teile des gehärten Bohrers zu erhalten. Sie sind für die Herstellung eines gehärteten Bohrers für unser Drillchip erforderlich. Sonst können wir nicht weiterreisen. Oh, cool. Um das Drillchip zu zerstören, musst du alle Module zerstören. Wenn der Angriff nicht gut geplant ist, kann das Drillchip entkommen und du musst ein anderes angreifen. Du solltest unbedingt die anderen Teile des Drillchips einsammeln, sobald es zerstört ist. Da das auch Teile für Rumpf und Ketten umfasst. Viel Glück. Das nehme ich aber erst an, sobald wir das hier oben haben. Weil wir müssen ja das eine Drillchip jetzt zerstören. Das ist ja die eine Aufgabe noch. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier wieder unser Chip wegschicken. Mit der 6. Plopp. Tschüss. Und dann gehen wir angreifen. Das sieht halt so mega aus. Ich feier das. Boah, wie lange das wohl werden kann? Also... Schrufen haben wir. Na, geladen ist auch. Granate haben wir auch genug. Also, kann ja nur lustig werden. Kann ja nur nach... Also, das wird jetzt ein Spaß. Ich freu' mich. So. Gut, mit der Rüstung wird's wahrscheinlich besser klappen, weil wir natürlich immer wieder Rüstung anlegen können. Ich weiß gar nicht, ob der... Ob der das im Kampf ganz schnell macht. Weil... Wir haben ja... Die Rüstung angezogen. Und dann war's ja irgendwie so mega langsam. Bin gespannt.